Digitalisierung erleichtert unser Leben in vielen Bereichen. Bei Simacek setzen wir Innovationen gezielt ein, um Kundinnen in sechs Ländern und über 40 Städten einen effektiven, transparenten und nachhaltigen Service bieten zu können. Wir entwickeln für unsere Kunden Strategien zur wirtschaftlichen Gebäudeservisierung durch nachhaltige FM-Outsourcing-Lösungen. Basis unserer Erfolgskonzepte bildet dabei unser spezifisches Know-how ebenso wie unsere jahrzehntelange Erfahrung mit bewirtschafteten Objekten aller Branchen. Im Fokus unseres Tuns steht immer der Nutzen für unsere Kunden. Alle Simacek-Services sind auf maximale Effektivität und Verlässlichkeit ausgerichtet. Wertschöpfung durch Wertsteigerung sowie hygienische Sicherheit für Menschen und Gebäude sind oberste Prämisse. Digitalisierung unterstützt unser bestens geschultes Fachpersonal, um Arbeitsprozesse schneller, besser und ökologischer durchzuführen. Unsere Objektmanager sind täglich bei Kunden im Einsatz. Sie steuern, kontrollieren und dokumentieren die Qualität unserer Reinigungsleistungen. Digital, nachvollziehbar und transparent. Die integrierte Lösung ermöglicht digitales Auftragsmanagement, Workflow-Management, Reporting und Qualitätsmanagement über eine einzige intuitive Plattform. Für unsere Kunden bedeutet dies einen geringeren Zeitaufwand und erhöhte Leistungstransparenz. SIM-Control sorgt für eine lückenlose Dokumentation und die qualitative Be- und Auswertung aller Arbeitsschritte. Die Performance-Auswertung im Kundendashboard erfolgt systematisch durch das Management-Team. Alle Reports werden in Echtzeit geliefert. Diese Analysen ermöglichen laufend neue Zielvorgaben hinsichtlich Qualität und Kundenzufriedenheit. Neueste Technologien, nachhaltiges Handeln, motivierte Mitarbeiter sowie soziales und gesellschaftliches Engagement machen unser familiengeführtes Unternehmen mit 8000 Mitarbeitern und über 70 Spezialisierungen in den Bereichen Facility Management und Service zu einem führenden Dienstleister der Branche. Musik Untertitelung des ZDF, 2020